Scheiße, dieser Hurensohn, der hat euch gecheatet, aber da kannst du mir noch erzählen, was du willst. Und auf der anderen Seite war es auch langweilig, weil nichts los war sozusagen. Du hast ja bloß da, das heißt, ihr wartet, dass ihr euch in den Trecker kaputt geht. Ah, ja. Du hast die Lampe doch an. Ich habe da aus meinem Rucksack hingeschmissen. Und eine Knoche. Rucksack fertig? Ja, kannst du backlegen. Okay. Ich habe das noch durchsuchen, meine Vester. Wette aber seine Lampe auch noch an. Kannst du kurz noch Zeit durchsuchen? Ja. Gut, das ist ja bloß. Legen noch. Ach, das ist ja ein Scafcam. Hallo, es geht. Habe ich mir einen Arsch eingeseifft? Ja. 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 Ich will. Ich will er mit dem Ende. Dann wieder unter Duffelback. Ah, ja. Oh, es geht von rechts. Ja. Ich kümmere mich drum. ich wieder gute munition gekostet ich gehe mal hier in das Daffeldeck nichts drin das war schon jemand dran aber kann eigentlich sein weiß ich nicht kann schon sein oder wie er schleicht sind Sperren nicht weit offen oh ja da ist einer drin gewesen liegt sehr gut ein Mann ein Schuss machen es Gaps auch Türen auf ja eigentlich schon manchmal treten sie die sogar ein ach so das ist witzig ich mach mir hier zu der kam da raus der kam hier raus ja ich weiß es nicht hier draußen schleicht einer ich hab gehört wie er sich gedreht hat ok wollen wir ihn umzingeln ja da geh ich vorne raus ja bin an der Ecke kommen wir rum warte so ok ich hab da schon haben wir einen Zugriff fliegt fliegt vor dem Scab da vorne schreit ein Scab da vorne schreit ein Scab von rechts oder ja so aus der Rechnung hier hinten da hat wohl einen Gegner gesehen oder so unter uns gehört ne schmack auf meinst du so weit wahrscheinlich nicht ja das wird hier unten wahrscheinlich glaub ich auch nicht die Tür ist ab ok merci da hat er gequiekt da haben sie uns zusammengeschossen das arme Schwein bestimmt aus der Waffenladenecke da hinten aber dass man den so deutlich gehört hat krass schimpft und schimpft und schimpft ja so ein Rohrspatz alter gut gelaunt Junge erst weckerte die Skepsis sind so geil ja liegt ok er hat ja einen krassen hier zu einem lilanen Rucksack achso einen Pilgrim ja ich hab einen großen kannst du nehmen du hast ihn ja schließlich auch erbeutet und wo kam das? von hinter uns das war ne Rolltreppe irgendwo alter von wo kommt denn das? hat aber nicht viel Schaden abgezogen würde ich sagen nö ganz und gar nicht von dort kann ich das hier hinter mir hat es jetzt hier rumst hier aus der Richtung ja aber hier kann ja eigentlich keiner sein ne wie ist er dann entallierend meinst du? das schießt er noch vom Parkplatz raus hier rein? ne ne ich höre es doch noch wie geht es da noch weiter? ja das ne ich dachte weil du saßtest von hinten dachte ich du meinst aus Richtung des Haupttreppenhauses ne von hier wo ich jetzt hingucke ne die scheiß Bob hat den Körperhut auf von wo hat er jetzt geschossen? ich habe auch das Gefühl von da hinten irgendwo ja da kam ein Schuss ok äh ich renne mal rüber oder? zum anderen Geschäft ja den pushen wir oder? wir rennen zick zack er hat mich getroffen warum ist schwarz? ne der schießt von da hinten irgendwo oh Granate lädst du noch? nein oh das war knapp alter woher weiß der Wichser wo ich sitze alter da muss irgendwo dahinter sein oder? ja wie viele Granaten hat denn da schon? keine Ahnung keine Ahnung ich bin ganz hinten am anderen Raumende das war ja so Hä, wie hat er die Granaten da reingefeuert zu mir? Ich stehe hoch gerade nicht. Da muss doch hier sein, irgendwo der Idiot. Das geht doch gar nicht. Ich kann die doch nicht unter der Tür hochwerfen. Äh, das ist mir zu viel. Kapiere ich auch nicht. Ein Cheater, glaube ich. Behaupte ich einfach mal so jetzt. Ich habe keine Schritte gehört. Gar nichts. Hier flog die Granate direkt zu mir, Alter. Doch die Schüsse, da kein Schussgeräusch, irgendwas. Wenn er die Granaten schießen kann, dann müsste man doch die Schüsse hören. Das ist ja dann im Reichstag. Oder sind es zwei, aber. Was war das? Keine Ahnung. Kommen wir mal mit dem Arm zusammen? Ja. Schau was, bist du das? Ja, das war ich. Da hat er mich doch richtig. Aber wieso konnte er mich treffen, als ich hinter dem Pfeiler stand? Das habe ich auch nicht kapiert. Das ist ein bisschen komischer. Wollen wir ihn machen? Ja, ich würde ihn eigentlich gerne holen, mit dem Schweinehund. Aber wie? Wir wissen aber nicht mal, wo er ist. Ich komme mal ein Stück vor. Und ich esse erst mal noch was. Kommt, der, gell? Mhm. Ach so, du bist da. Und dann weiter. So, ich gucke mal raus. Mhm. Das kann nicht gut. Nee. Hast du ungefähr Ahnung, irgendwo kam, wo es kam? Ungefähr. Aber. Gang runter, ne? Wahrscheinlich. Mhm. Aber hat mich auch nicht zerschossen, der Hund. Keine Möglichkeit rauszukommen, ohne da beschlossen zu werden wir müssen ihn wieder zurück können und auf der andere seite raus das ist glaube ich ein selbstwertkommando weil ich ihn auch nicht richtig gesehen habe ich habe noch eine granate ich könnte ja vorher werfen das ist ein bisschen oder macht das zu viel aufgerissen wenn du dich nicht dabei erschießt aber warte ich muss mir noch heilen ja meine bodyarm ist runter geschossen bis zum ketten dann kann ich die auch wieder lassen so na dann feuer frei ich weiß jetzt einfach eine granate hier hinter der war was da war gegen über im brutal glaube ich ach so oder dort zumindest mal die letzten die aufnahme an da sehe ich schon was ja das kam also von gegenüber vor uns das kann auch von oben gewesen sein dass er von oben runter geschossen hat das würde auch dass wir die granaten erklären warte mal vielleicht denkt er ja dass du ich bin trotzdem ab lagst du draußen noch drin drin sp6 und 762 45 r aber dann muss auch so was wie eine v eine wahl haben oder sowas schmeißt brauche ich es Scheiße. Warte auf dich. Dieser Huren soll dadurch cheatet, Alter. Konsolidatien, was du willst. Untertitelung. BR 2018